So Freunde, herzlich willkommen bei CookieDent RC in Fraction 6S auf 4S. Mal ein bisschen... Wuhu! Ein bisschen ausführen auf dem Hof. Ich habe gerade vorne keinen... Oh! Entschuldigung! Ich bin sofort wieder weg. Gut, also ich habe hier mal Offroad Buggy Reifen von Luis drauf. Dafür musste ich vorne den Bumper abmachen. Er hat geschliffen. Aber so würde ich sagen, kann man damit auf jeden Fall jetzt erstmal auf einem großen Schotterplatz fahren. Besser wie mit den Huhns. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, ich lasse euch in Ruhe. Also mit dem werden wir in den Teite Park gehen und mit dem werden wir auf jeden Fall noch auf unsere schöne große Wiese gehen. Wiese sei schon, Asche-Fußballplatz mit der Bereifung wird das einen Riesenspaß machen. Alles klar. Das war jetzt nur so ein kurzer Teaser fürs nächste Video. Tschüss! So Leute, also einmal in Fraction mit Luis Buggy Reifen funktioniert. Dafür muss ich hier jetzt nochmal ein bisschen was abschneiden. Hier vorne die Kante. Damit das hier nicht so schleift. Ansonsten in der Karo selber war jetzt kaum eine Spur zu sehen. Und ja, damit kann sich dann auf jeden Fall auf einen schönen Kiesplatz vorwärts bewegt werden. Ansonsten profiltechnisch. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen Asphalt gedriftet, aber bis dann alles gut. Super. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Vielen Dank.